Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von F1DA Wir haben nur noch ein einziges Herz Tötet an der Wolle Ich könnte nicht schlafen Unsere Leben sind schon wieder da, das heißt wir können weiter machen Ich kann nur, ich war schon Spieler, sehr schade Ich kann immer so Gebiet finden, wo noch keiner war Vielleicht die Blöcke Jetzt ist mir so ein Ozean, das ist mir sehr schade Ich bin so krass Ich darf nicht sterben, da kommt eine Spinne von hinten Hilfe, Hilfe und wir sind wohl Bären scheiße ich mache so richtig junge vier bären vier bären auf dem baumort nein das ganze adrenalin spinne man möchte sind echt so schlimm hier in van de auch creeper von links ach du scheiße ich bin verfolgt ich will nicht sterben auch wenn man jetzt nicht jetzt porten könnte wir haben jetzt mal abgehängt wieviel leben die bären eigentlich ein bisschen essen keine gute connection so ein server das ist sehr schade wahrscheinlich liegt das deswegen auch da ist mir so ein bär dumme blumen ist auch noch eingesteckt hier körbisse ich will jetzt auch joe brian helfer joe brian erobrine shit nur einen kommt ja raus ein und er ist ohne was soll ich mit einem eih heftig verschwindung als mein normal alles mal raus Ich weiß nicht, ich habe einen Zombie, sonst gebe ich mir die letzte Hilfe, ich werde geschossen Das ist doch echt die Adrenalin hier gehabt, ne? Das ist halb 10, ey, morgens Das ist ein bisschen früh für so viel Anspannung hier Da muss ich nur so nackt die Block haben Da muss ich mehr Bären Also jetzt wird schon ein Tag Puh, Eee, Eee, Eee Scheiß Gelett Oh ne, Scheiß die Lex Die kill mich gleich noch Die Lex Boah Ich habe noch zwei Balken Ey, Junge, wie kann das da rein? Ah, zum Beispiel ist noch nicht das Internet weggefallen, ne? Gebrochen Was kommt denn da raus? Das Eis war mal Wolkenblöcke Kp Oh Gott Ich bin immer noch nach Hause Das ist immer noch ein Ausflug, ey Ich wollte noch so einen Saki-Block Jetzt komme ich nicht hoch Jetzt komme ich nicht hoch Come on Muss nicht sein Ich habe keinen Auf Wohin Ich bin immer noch ein Ich bin immer noch ein Wohin Bäh Ich bin immer noch ein Ich habe noch einen Schnellen gleich sind wir wieder out, hier ist nur noch eine Kiste oder ich kann drücken die schlechten Stuff aus dem Lohr und die kann ich mitnehmen da müssen wir auch lief es oh man diese Lags ey was ist das denn beim Sprinten nur ein Wabbeldinger oder sowas, ich weiß nicht was das ist wenn ich noch so viele Blöcke da hier laufen muss ich gern noch das Dach fertig bauen oder so bringing die Halt und schendo etwas practition정 komplexer Der fatig Mann ja im Wartecenter Wartungscentern anwow tolle Benachteilung wegen der H Jew pile erzählt B ich hain ja eh nicht drauf adaş Naja, ein Schaf Da habe ich jetzt die dritte Wolle Aber ich bin zu spät, ne? Sobald ich endlich wieder zu Hause Das ist es auch schon Ich bin mal gespannt, ob das mit den Weihnachtsbäumen funktioniert Es funktioniert sogar Ach du scheiße, ich brauch die Weihnachtsbäume wieder Shit Die Weihnachtsbäume wieder Sobald ich bin bis morgen, also nicht auf Dann nicht morgen die nächste Folge auf Ich glaube, wir doch wieder Die Weihnachtsbäume In dem Brennmittel Und dann sind die immerseitig nützlich Oh, hier hab ich keine Kohle mehr, sondern nur Weihnachtsbäume Wunderschmissbrennmittel Gucken Ich glaube, ich halte die nicht so lange durch, aber Boah Das ist ja mal Da fang ich mal davon ab, ne? Hier von der 36 Blöcke erreichen Sollten die auch Perfekt Perfekt Rechten thumbnail Eben da vorne Eben da vorne Eben da vorne Eben da vorne Da fertig Ich würde mich sagen, was es gewesen Und in den Folge auf Funday Sehr gefällt mir, dass eine Provisierung Klar Machen wir mich jetzt nicht Bauen, tschüss Und dann bis jetzt Dann bis jetzt Und dann bis jetzt Und dann bis jetzt